So meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind da jetzt hier oben auf der Piste Nummer 32 auf der Hochwurzen in Rormus hier oben und momentan befinden wir uns genau zwischendrin und zwar Snowboardbewerb, erster und zweiter Durchgang. Da gibt es also nach dem ersten Bewerb immer eine Protestzeit von einer Viertelstunde und dann wird also gestartet der zweite Durchgang. Genauso wie bei den Skibewerben gibt es also da eine Gesamtzeit, wo der erste und zweite Durchgang zusammengezählt wird und da geht es dann um die Medaille.